hallo und herzlich willkommen zu let's play the last of last in der letzten folge wurde ich habe richtig abgefuckt von den ganzen vorsichtig vielleicht werde waffe echten schlägt sie haben uns nicht gesehen in deckung bleiben vorsichtig ich habe das dreieck gedrückt bevor er mich überhaupt dings konnten hatten konnte das verläuft wieder aids gerade alles Ich habe gerade ein richtiges Aids schon wieder Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung Oh no Schott hier ist voll neuf. Gleich. Was wir jetzt mal hier oben durchsuchen. Wieso? Kinder zu. Boah, diese geile Sonneffekt Einstrahlung. Wer es lesen wollt, müsst ihr kurz Pause drücken. Ich kenne das, ob du das jetzt durchlässt. Alles klar, Alter, hab ich leider geschrieben. Auch schon traurig. Ja, erzähl. Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fang nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Dann gucken wir nach Billy. Billy Boy. Oh, Billy Boy. Oh, Billy Boy. Oh, Billy Boy. Oh, oh, oh. Oh, oh. Da ging's gut. das ist gar nicht los was habe ich gesagt da ist der Truck ragt aus der Schule raus da hinten sind einige wir müssen leiser einiger 30.000 so gut ist so fai mir da 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 Was ist das? ARD Text im Auftrag des ZDF I know Halli, lauf, lauf! Das war einfacher als gedacht. Also wir müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Hier kommen wir rein. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ja, machen wir ja gerne. Die liegt doch immer ehrlich. Ich muss was trinken. Laten. Bleib vorsichtig da. Ich komme wieder da. Danke, Bers. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier weg kommen. Oh Mist. Sie drücken gegen den Zaun hier drüben. Er wird nicht halten. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill. Ich hab's. Durch das Fenster. Schnell. Schnell den Zaun! Joel, das kommt jetzt rein! ъ Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Alles klar. Alles klar. Oh scheiße! Der Flur runter. Durch die Klassenräume geht's schneller. Hier geht es durch. Wir müssen nur an denen vorbei. Der Flur runter. Los! Räuchte ihr mal Hilfe? Hilfe! 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 Alles okay. Da können wir landen. Den Flur runter. Oh mein Gott! Ja. Da hast du. Hält mir mal damit. Okay. Bereit? Komm schon! Noch mehr! Tür zu schmerzen! Was für Lust. Das geht sich nicht nachher aus. Das klingt nicht gut. Oh nein. Verdammt was ist das? Verdammte Blut! Ein was? Elly in Deckung! Ich mach das. Ich mach das. Was verdammt was? Dinh Abi. Ich mach das. Die Schmerz. Dinh Abi. Die Schmerz. Dinh Abi. Die Schmerz. Entschuldig das. Laufbeck! 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 Oh, puh! Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater! Bloater! Alter! Okay, verstanden! Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte! Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, kommt, schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, okay! Deiner ist der Letzte! Mach ihn endlich fertig! Deiner ist der Letzte! Mach ihn endlich fertig! Oh, ich hasse diese Dinger! Okay, geschafft, dann los! Komm hoch hier! Das ist spannend, Mann. Wo kann ich nicht da hoch? Komm hoch! Oh Gott. Ahn. Ahn. Ich werde doch vor Exiges werden bis zum geht nicht mehr. Nein, es ist hier nicht so. Hier lang! Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leite. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Schnee tot! Oh nein! Du bist mir aufhören! Oh nein! Hallo! Eines Haus los! Na das lief ja toll. Ok, ähm... Ich gehe und seh mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Ok, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job ganz tief in ihren... Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrüttel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Ja... Und... Er... wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja... scheint so. Na scheiß drauf. Schaut mal Jungs! Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie! Das verdammte Arschloch! Steig aus! Steig aus! Ok... Mann! Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Ach stimmt. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch in mir! Gute Idee. Lasst euch gleich, wenn wir anfangen können! Ich lass es dich wissen. Und das war's dann mit dieser Folge, wir werden uns zunächst sehen, tschüss.